du bist down oh du kannst mir gerne heilen denn ich sehe gerade da oben ist ein pokémon das auf uns zukommt deshalb BÄM hab ich keine chance, passt du auch auf dich auf du brennst ja nämlich ja du brennst das ist nicht gut ok wir gehen mal nach oben nicht so nach oben aber egal ist jetzt mal passiert was ist das? ein Stopperorb ok es kann sehr gut sein dass wir zwei folgen oder sogar drei folgen für diesen Dungeon brauchen vielleicht ist das auch schon die zweite Folge I do not know was auf einmal hagelt ach nö wir kriegen stetig Schaden ich mag hageln nicht ich weiß auch wie das Wetter mich hier immer umgebracht hat ich bin hier sehr oft gestorben auf jeden Fall in diesem Dungeon aber nur weil ich nicht so viele Beleber Items hatte das weiß ich daran lag es und dann habe ich es irgendwie halt durch Levelups geschafft hier durchzukommen weil ich dann zum Teil overleveled war und nein ich hab nicht gescheatet ich hatte mal öfters bei diesem Spiel gescheatet ähm aber bei meinem ich hab ich will auf jeden Fall sagen dass ich dieses Spiel auf jeden Fall schon mal legit durchgespielt hab ich hab zwar hin und wieder mal mit Cheats durchgespielt aber ich hab's auch mal legit durchgespielt ok ok der Grund warum ich das weg gemacht habe in der Lickattacke von Pikachu ist einfach wegen den AP weil ich mach mir dann sorgen dass mir sonst die AP hat und dann auch mal mit der Lickattacke von Pikachu ist einfach wegen den AP weil ich mach mir dann Sorgen hier am Ende ausgehen ich will ja meine Items nicht alle verbrauchen müssen ich meine im Notfall verbrauche ich alles es geht hier um darum dass die Welt von Pokémon gerettet wird Leute ich muss alles verwenden was in meiner Hand liegt Fähigkeitssperrorb macht die Fähigkeit aller Gegner auf der Ebene unwirksam ja können wir gleich machen mir egal oh Gott oh Gott ne Sprengfalle die sind immer gefährlich ich bin aber so froh dass wir im vorherigen Dungeon sehr viel Glück hatten möchte ich mal so sagen also das hätte echt viel schlimmer enden können und da bin ich für dankbar plus durch den Brief hatten wir einen besonderen Raum entdeckt falls es den hier auch gibt ist es mir egal ich mach das irgendwann mal wieder nach und ja oh oh nein bitte nicht bitte nicht oh Gott lass mich in Ruhe nein Pikachu hmmmm hmmmm ich will nur schnell ins Ziel yes so ich muss hin und wieder mal auf dem PC schauen einfach nur wegen Speicherplatzproblem weil ich spiele das Spiel so krass aktiv ich hab so langsam Probleme mit meinem Speicherplatz weil ich das so viel aufnehme und für die ich es interessiert für so eine 30 Minuten Folge von Pokémon Mystery Dungeon da brauche ich gerendert 5 GB und gerendert ich glaube das doppelte ungefähr ungefähr ich glaube 9 sind ich bin gerade nicht sicher und äh ja deshalb muss ich mal gucken ja sonst muss ich kurz stoppen und vielleicht was rendern oder vielleicht irgendwo in den Tiefen meines PC meines PCs irgendwas löschen mhm 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 Oh Gott, es ist der krasseste Hype, ey Du, definitiv Zack Du hattest gerade Apo Oh nein Oh Gott So Und dann esse ich einen Apfel Ich esse dann jetzt einen Apfel Äh Einen Was haben wir denn alles Einen großen Apfel, würde ich sagen, esse ich Dann sind wir wieder auf 100 Und das passt doch Wie angegossen Also wenn irgendjemand meint, das Spiel ist schlecht Oder der Soundtrack ist ja kacke Alter Was ist los mit dir? Ich weiß ja nicht, was mit welchen Spielen du aufgewachsen bist, ja Aber anscheinend nicht mit guten Es ist ja okay, wenn man den Soundtrack nicht wirklich mag, aber wenn man sagt, der ist schlecht Dann ist es was ganz anderes Oh, ein Ledian Das ist die Weiterwege von Lediva Oh, ich weiß es noch Lull Wir kommen gut voran, möchte ich meinen Hi Altaria Die haben wir bisher Ungelogen tatsächlich gar nicht mal so oft gesehen Im Vergleich zu was ich in meiner Erinnerung hatte Ja, ich auch Pikachu Und Pikachu, warum gehst du noch oben? Das macht keinen Sinn Und hier ist in der Monsterfalle Was tun? Was jetzt? Wir sind am A Oh no Oh no Was nun? Hilfe Was machen wir denn nun? Wir sind in der Falle Und ich bin gestorben Das ist sehr, sehr schlecht Ich hau mal Leber ab Oh, 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 oh Nein Ich werde erben Ja, komm, belegt mich mal kurz nicht wieder Dann will ich kurz ein Teambeleber-Orb So Bam Und Bam Ich hab gesagt Bam Und Bam Altaria muss auf jeden Fall sterben Dann haben wir eine Chance Okay Great Pikachu muss eigentlich nach ganz vorne Weiß nicht, was ich mache Ich habe große Angst Aber ich hab mit sowas gerechnet Deshalb habe ich auch so viele Beleber-Samen eingepackt Das ist alles gut Oh Gott Das sind drei Altaria Wo? Äh Jetzt habe ich Albträume Drei Altarias Was mache ich denn? Hi Na Wie geht's? Nein, bitte nicht, bitte nicht Oh Gott Heuler Nein Nein Okay, es verfehlt Bam Sie leben noch Darum müssen noch Eins Was Das ist nicht gut Bitte besiege es Nein Immer noch nicht Was soll das Und da bin ich tot Das ist nie gut Ich sitze hier natürlich mal wieder In der Falle Warum muss es gerade jetzt verfehlen? Ich bin Ich werde von fünf Monstern angegriffen Und ich bin wieder Tod? Noch nicht Okay, vier Monstern Nice Haha Kommt her Trau dich Sie trauen sich nicht Oh doch, jetzt kommen sie Oh doch, jetzt kommen sie Oh Gott Oh Gott Hau mal ab, bitte Tschüss Oh Gott, er lebt noch Ich habe gesagt Hau ab, bitte Tschüss Keine Sorge Ich bin Libby zusammen wieder Ich muss nur kurz Äh Ein wenig Redden Denn ihr seht ja gerade Was abgeht Team Beleber Orb Ich ziehe dann sofort drauf Oder auch nicht Cool Das zählt wohl nicht So Ich setze Altaria Danach Können wir alles looten Bam Das gibt es nicht Bitte nicht in die Treppe Ich habe keine Lust Noch nicht Noch nicht Nein, noch nicht Was ist das? Ein Team Lieber Orb Glaube ich Was ist das hier? Ach, keine Ahnung Will ich gar nicht haben Was ist da unten noch? Oh nö Was sollen da? So viele Fallen gibt es hier Ein Äther Ampelleucht auf jeden Fall Oh, mein Hüte, das ist nicht gut. Alter! Was geht hier ab, Mann? Ich raste hier gleich aus, ey. So, auf zur Treppe. Reicht jetzt. E18. Ich mag den Soundeffekt. Der ist ja ähnlich zu dem originalen Soundeffekt. Zack! Willkommen an Sie. es ist fast da das ziel irgendwo hier müsste es doch endlich mal sein noch eins Ach Gott was ist denn das hier Zumindest sind wir gerade gepusht, ne? Aber, no, ey, jetzt ist aber echt ein wenig Veräppelung, du. Zack, dreht mal alle drauf. Wird schon bestimmt gut ausgehen. Oh, schnell, 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 bevor alle sterben. Okay. Yes. E-neu-neu-neu-zehn. Bam, 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 bam. Hi, wie geht's? Tschüss. Oh Gott, warum gehen die anderen nach unten? Kommt doch her, Leute. Was macht ihr da unten? Da unten ist nicht der Weg. Hier ist der Weg. Hier spielt die Musik. diese platten hier übrigens die sahen früher ganz anders aus aber auch wenn ich das alte sein mag mag ich das neue design umso mehr verdammt man sieht man stirbt hier sehr oft und man sieht auch dass ich alles dafür gebe dass wir das alles jetzt schaffen beim 1234567 belebersamen noch der rest der samen die muss ich später wegschmeißen jetzt nicht ich hoffe wir schaffen es überhaupt ich weiß gar nicht ob es zwischendurch ein checkpoint gibt ich glaube nicht aber das muss nichts heißen wenn ich was denke glaube ich was immer wir gehen aber das ist regen er sollte uns nicht stören oh gott nicht ins wirkloppt es ist down 20 wir sind bald da wir haben irgendwie alle schaden bekommen ich weiß gerade nicht genau warum bam nice hau ab 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 yes pikachu level 27 ja jetzt sind wir schon im raum drin jetzt müssen wir kämpfen du 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 oh neaaain das ist nicht gut das ist sehr schlecht ich glaube wir verrecken ich hoffe trotzdem mal nicht ab mal schauen ich hoffe überhaupt dass wir genug belebersamen dabei hatten wir hätten uns ja noch drei weitere mitnehmen können oder 23 habe ich ja nicht gemacht weil ich dachte das wird schon passen mit der anzahl mittlerweile bin ich am zweifeln to be honest ja geht mal alle drauf hier an die kino danke da dauert uns noch ein ledian das sollten wir besiegen nice muss die treppe mann ist auch nicht oh gott kriegst du sinn ich sag mal ja okay das ist nur geld aber wir nehmen es trotzdem mal mit falls wir hier gewinnen was ist mal hoffe dann haben wir ganz viel geld ich kann nichts machen ich konnte nichts machen ich kann nichts machen jetzt kann ich das machen nice so ich belebe nicht kurz wieder pikachu wir haben ja noch drei team leber orbs so hätten wir keine mehr dann wäre es schlecht gewesen tobias aber passt war nach unten ja unten links wird es wahrscheinlich gewesen sein hier unten links das ziel die treppe ich hoffe es endet hier bald alles lange halte ich das nicht mehr mit ok 21 und ein dagegen ich kann gerade im monsterraum nicht gebrauchen ok hier ist kein monsterraum aber hier sind sehr viele scherocks und ein omoot was macht den omoot hier den habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet und es sind drei scherocks das ist doch blöd wir verschwenden unsere ganzen belebersamen jetzt schon nein 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 vielleicht da könnte es gar nicht laufen gerade oh gott all ausweich orb einsetzen bam nein killt killt leute einer ist paralysiert nice ich verfehlen viel öfter das ist gut kill ok eins ist dauernd komm schon jetzt nur noch einen omoot und noch eins ok pikachu du machst das ding ich mach omoot ich habe so viel spaß mit dem pikachu das ist süß nein als ob ich muss belebersamen ich will kein risiko eingehen so wie sie sagen kurz wiederbeleben also mich oh gott ist es hier richtig rein zu gehen also ich gehe wieder raus ich habe hier zu viel angst ich traue mich dann nicht rein zu gehen ich gehe lieber da nach unten vielleicht ist hier sogar schon das ziel dann müssen wir hier lang ok ich gehe nach oben ich traue mich kann wirklich rein gar nichts mehr da oben ist irgendein item ein orb ein schlaf orb können wir noch benutzen mal schauen ok hier ist kein monster raum ok hätte ich ganz einfach gerne hingehen sollen egal 22 ich weiß echt nicht wie lange das geht und ich habe angst wir sollten mal einen top elixier benutzen für obwohl er reicht eigentlich schon top etha nein für dich das hier das war leider schon eine runde ein move aber ist gerade relativ schnuppe ok ich habe immer angst vor monster ich muss aufpassen ein erodaktyl das ist voll geil das pokémon aber es muss sterben treppe 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 ist mir alles egal 23 angst es muss doch mal irgendwo enden leute ich bin sehr effektiv was ist das ein stopper orb ja keine ahnung mit den ganzen orbs und schnickschnack oh gott nein da unten seht ihr dass das ist 100 pro ein monster raum es ist kein keckleon shot es ist ein monster raum da falle ich nicht drauf rein hier ist jetzt schon die treppe manchmal sind ja auch beim monster räumen deshalb oh gott 24 ist noch nicht das ende aber da ist die treppe schon was ist das ein appell orb ok ich bin am zittern ich habe angst und das meine ich jetzt nicht nur so als joke damit das hier cool wirkt ich meine es ernst ich bin am zittern ich habe angst und ich bin krass gehypt ob wir rei quasi überhaupt na dann gebe ich das mich gibt es niemanden ok weiter 25 es geht immer noch weiter einige scheiße das ist noch ein landsturm also jetzt werde ich aber richtig veräppelt hier oder so wie bei apple veräppelt holul profil er haben ein 1 1 1 1 liebel drei vergesse mir den namen von ihm viel oh gott das wollen wir nicht wecken leute oh gott nein was über stein äh was mache ich das muss ja eine runde aufladen deshalb habe ich das gemacht wir sind beide tot ich habe angst nein wie viele belebersamen habe ich noch ich habe gar keine mehr oder eine habe ich noch nein das gibt es nicht ich könnte zu weinen wenn ich will oh gott was macht er da ein urmut ok kriegst du das ich helfe mal halt habe ich eigentlich hätte doch noch mehr trainieren sollen tempo op finde ich gut gute idee oh gott was ist das pikachu ich sage egal einfach einsetzen und schnell weg hier schnell ins ziel wo ist das ziel hier ist es nicht hier ist es hier ist es das ziel das ziel oder ist es das ziel bitte so das ziel nein es ist erst ein zwischenspeicher aber wir sind so weit gekommen leute ok ok warte einen moment erstmal meine ganzen blöden samen wegwerfen die mag niemand die will niemand wegwerfen yes ein belebersamen haben wir im eventar und hier haben wir noch welche ich bin mir sehr sicher anscheinend war ich zu sicher wir haben nämlich keine mehr wenn man war noch teameleber orbs nehmen wir mal alle acht was machen wir noch ich muss jetzt echt überlegen ich habe nämlich nichts mehr das ist 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 das